In der heutigen Minecraft-Challenge werden wir immer schneller. Das heißt, Erfur und ich können uns zu Beginn kaum bewegen, werden dann aber jede Sekunde schneller, bis wir dann so schnell sind, dass wir gar nicht mehr richtig steuern können. Können wir es so schaffen, das Nether zu bezwingen und am Schluss im End den Enderdrachen zu töten? Wir haben ein sehr nices, vorgebautes Endportal, wo wir vielleicht auch noch ein kleines Rennen drauf machen können. Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Erfur, ich starte die super schnelle Geschwindigkeit in 3, 2, 1. Alter, bin ich schnell, Alter. Ich hätte mich vielleicht bei einem Baum stellen, so einen Baum hin. Ja, das stimmt, habe ich es auch gedacht. Wir hätten uns auch, bevor wir das starten, zu einem Baum hin. Ey, danke, ich habe schon einen Block. Alter, bin ich schnell. What the fuck? Jum, ich baue den oberen ab. Ja, ich auch. Aber siehst du, wie schnell ich bin? Ja, Mann, du bist voll schnell. Ich bin mega schnell. Jetzt sprint ich mal. Warte, zack. Aber guck, wir sind jetzt schon relativ schnell trotzdem, ne? Ja. Also wir müssen echt uns ein bisschen beeilen, damit wir nicht viel zu schnell werden für Nether und so. Ich bin jetzt gleich full Iron. Echt? Nein. Nein. Wie leise jetzt? Also hast du überhaupt Iron? Gar kein. Nein. Warum soll ich Eisen haben? Ich weiß nicht, dass du solltest full Iron haben. Ja, das war so, vor wie ich gesagt habe. Das war ein Prank. Das war ein Prank, Sir. Ich glaube, ich mache dir jetzt mal hier, zack. Ey, wir sind jetzt voll schnell. Wir sind schon relativ schnell, ja? Daran habe ich nicht gedacht. Wir sind jetzt schon schneller als normal, oder nicht? Ja, ja, wir sind richtig schnell. Scheiße. Das ist gar nicht mal so ideal. Dann lass mal ein Dorf suchen. Lass uns spawnen. Lass uns spawnen. Boah, ist mein Schnell. Alter, sind wir schnell? Ohne Scheiß. Hä, wenn wir jetzt schon so schnell sind, wie sollen wir... Hä? Ich bin gerade richtig verzweifelt. Höhle, wir brauchen Eisen. Eisenabrun. Ja, okay. Komm, schnell. Ja, ja, ich bin hier. Schneller. Brauchst du Eisenabrun. Ich bin direkt neben dir. Ich baue Eisen ab. Hier ist auch Eisen. Schneller Eisenabrun. Ich holst Kohle in der Zeit. Hä? Ich dachte, man wird so langsam schneller. Wir sind ja viel zu schnell jetzt schon. Wie sollen wir denn irgendwas machen? Ich kann ja jetzt schon... Mir ist jetzt schon zu schnell. Mir wird schlecht. Ich bin raus. Alter, war ich kurz in der Höhle und ich bin einfach der schnellste Mensch der Welt. Hier ist das nice Portal. Ja, das ist halt nice. Da können wir auch ein richtig nice Rennen, Mann. Ich habe gedacht, wir könnten dann nachher ein nice Rennen hier machen, ne? Aber eigentlich sind wir schon schnell genug fast, ne? Geh mal hier rüber. Ja, was tust du? Ich gehe hier rüber. Ich bin auf der Rennbahn. Weil ich es kann. Ja, das Brutal ist da in der Mitte irgendwo. Wir brauchen aber alle... Stimmt, nice. Das ist aber kaputt. Wir brauchen aber alle Enderperlen. Ich kann nicht mehr laufen. Ender Augen. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist schnell genug. Ohne Dorf. Da ist Dorf, ja. Ich muss aufhörensicht nicht zu schnell weglaufen von dem Eisengolm, dass der mir nicht folgen kann. Wir machen gerade einen Speedrun, ne? Ja. Also, wortwörtlich. Wir machen gerade wortwörtlich einen Speedrun, stimmt. Das war ein super Wortwitz, aber nee, das stimmt wirklich. Das war echt toll. Ja, war wirklich gut. Oh Gott, ich komme noch ins Haus rein. Hä? Man wird viel zu schnell schnell. Ich bin drauf. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr gut, glaube ich. Ich bin richtig am Panikschieben jetzt. Okay, dann lass schnell. Wir müssen schnell weg hier. Ja, wir müssen jetzt schnell ins Nether, bevor wir noch schneller werden halt, ne? Ja, deswegen würde ich jetzt... Ne, Lava-Dingens. Wie Lava? Ah, eine Lava-Quelle. Lava-Quelle? Lava-Lava-See. Hast du ein Eisen für mich? Oh mein Gott. Ja, ich habe ein Eisenschmelz-Ding. Yeah. Ah, nice. Vorsicht, Vorsicht. Ja, achso, achso. Ich dachte, du meinst die Lava-Quelle. Ich bin schon vorbeigelaufen, ich habe es nicht gesehen. Kriege ich ein Eisen? Was willst du denn für ein Eisen? Hier, also zack. So ein Eisen. Wie du mich drumherum rennst. Hast du Spaß? Okay, ich habe sehr viel Spaß. Das ist gut. Ich bin gerade fast in Lava gefallen, aber das ist okay. Gib mir bitte nichts. Du hast ein Feuerzeug? Ich habe eine Goldaxe. Nice, dann zünd mal an. Feuerzeug. Tschüss. Oha, ich werde fast reingeschaut. Oha, passt wirklich auf. Hä, wir sind jetzt eh schon viel zu schnell. Ich wollte mich so beeilen, bevor wir zu schnell werden, ne? Aber wir sind schon viel zu schnell. Ne, ne, es wird noch schneller, glaube ich. Ja, es wird immer schneller halt. Es wird noch spiebar, ne? Alter. Ja, perfektes Bio mir, oder was? Alter, das ist ein bisschen dem Scheiß. Oha, oh. Wow. Hä, wir machen jetzt hier keinen Jump'n'Run. Warte auf. Ne, wir machen keinen Jump'n'Run, aber wir machen einen Run. Wir müssen da hoch. Da sieht es am sichersten aus. Da hinten. Da vorne. Alter. Du bist echt lebensmüde, ne? Oh mein Gott. Hä, wir müssen uns nur so antippen, dann ist man weg. Ja. Oh, Alter, bin ich schnell. Oh mein Gott. Okay, und jetzt? Hier rüber. Was machst du? Also, oh, oh. Ja, okay. Okay, das ist ein Schleim. Das ist... Oh mein Gott, ich bin auch drüben. Ja, aber jetzt kommt der Schleim. Ja, nice. Gute Idee hier. Ja, okay. Da kommen jetzt noch 100 raus. Meine Söhne sind alle tot. Okay, und jetzt müssen wir... Aua. Scheiße. Habt ihr auch runtergefallen? Ich bin genau da auch. Ich bin direkt neben dir runtergefallen. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Okay. Rechts ist mein Statt noch. Hier sind die Sachen. Rechts ist deine. Ja, keine Ahnung. Ich hab ein bisschen was. Okay. Alter, man ist... Wir sind halt noch viel schneller jetzt, ne? Das ist doch scheiße. Okay, wie krieg ich jetzt meine Sachen? Alter, ich kann nicht mal so zwei Blöcke da runter, man fällt direkt... Das liegt doch einfach, wenn du springen. Achso, ja. Alter, ich schaff's trotzdem nicht. Das ist eine Lockdown. Alter, wir haben Speed V-I-I. Ich weiß nicht, was ist das? Schnell. Ich glaub, sieben, nicht? Sieben. Schnell. Kannst du hier an die Seite einen Block bauen? Wir haben Speed sieben gerade. Wo kann ich aber... Hier so an die Seite, damit ich dagegen springen kann. Damit ich... Weil ich schaffe, nicht einen Block weit zu springen. Dann spring ich in die Lava. Ja, so reicht. Dann kannst du selber bauen. So. Was tust du? Ich will meine Sachen haben. So. Ich will jetzt raus aus diesem Kack-Biom. Okay, du kommst zu. Wir müssen hier rüber. Ja, ich komme. Ich spring jetzt hier runter. Oh mein Gott, das war knapp. Ich muss kurz essen. Warte auf dich. Ja, ich muss kurz essen, ne? Ja, mit Speed 9! Das geht ganz schön schnell. Okay, jetzt hier. Eie. Ich sneak aber durchgehen, ne? Ich kann nicht ohne Sneak. Hä, geht? Du wirst nicht gesneakt, oder? Äh, nur... Im richtigen Moment abspringen? Genau. Das krieg ich hin? Haha, weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ah, ich bin gar nicht gesprungen. Ich bin gar nicht gesprungen. Ich bin dann einfach... Einfach rüber geflogen. What the fuck? Oh, ist das Wald? Dann lass die hier rüber. Ist das geil. Aber Wald ist nicht so verkehrt. Ja. Aber es ist nicht so... Oh, hier ist vorbei. Schon der Wald. Ja, ist vorbei. Bin schon durch den Wald durchgerannt. Ja, ich bin hier rechts ein bisschen. Hallo. Nee, wir haben jetzt... Es wird nicht mal angezeigt, welches Speed wir haben, weil es einfach so schnell ist. Ja, wir sind schneller als schnell. Schneller als Minecraft das möchte. Schneller als Minecraft das möchte. Alter, aber ich bin so schnell. Ich sehe alles so verzerrt, ne? Loil! Feuerresistank. Ja, den drücke ich. Gleich. Aber nicht jetzt, aber... Bist du fertig mit dem? Ich bin mit dem fertig. Ich habe auch nur drei gehabt, ja. Wieso tötest du ihn? Bist du jetzt bei mir? Ah, da bist du ja. Du bist so schnell. Ich sehe dich nicht immer. Oh, Gott. Und welche Richtung? Oh, Gott. Oh, scheiße. Oh, ich bin komplett am durchdrehen. Das ist ein Bastion. Das ist ein Bastion? Ja, dann easy. Ich weiß, was richtig easy ist. Darüber zu springen. Warte. Ich bin mit dem Boot. Landest du auf Lava? Boah, mein Gott! Alter! Alter! Hä, einfach nur ausgestiegen? Einfach ausgestiegen. Gelandet und ausgestiegen. Genau. Okay. Aussteigen! Alter! What the fuck! Ich trinke jetzt meinen Feuerresistank, oder? Ja. Ich kann leider nicht zusammen, weil der ist zum Trinken. Warte, ich komme mich abholen. Ich habe ja Feuer, Resi. Ich baue uns hier was hin und du springst dann genau da drauf, okay? Ach, da ist unten drunter nichts. Ach so. Die schwebt. Das ist ja eine schlechte Bastion. Ja. Oh nein, ich werde angegriffen. Ja, dann springen wir rüber. Schaffst du das? Ich will nicht angegriffen werden. Hast du? Hast du noch mehr hier? Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich habe keine Blöcke. Oh mein Gott, das war viel zu weit. Aber ist ja nicht schlimm. Danke. Oh, hier ist so ein Ding. Hier sind ja die mit der Axt, ne? Ja, die müssen wir begrüßen. Ja, hier ist eine direkt vor mir. Ich würde sagen, wir luchen. Der ist in Lava gefallen. Richtig dumm. Okay, ich habe richtig, richtig, richtig krank geile Sachen. Er hat seinen Kollegen erschossen. Richtiger Trottel. So, er ist tot. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach hier weg. Wir müssen hier raus, ja. Haben wir sowas von? Hallo? Doch, vorne ist er. Achtung. Weißt du was? Ich offer mein Leben. Mach ich nicht. Wieso? Nein, mach das nicht. Ich brauche dich noch, ey. Yo, warum schießt er denn jetzt? Wie er einfach so Pong gespielt hat. Nice. Weil der Rückweg ist jetzt irgendwie unangenehmer. Okay, ich würde jetzt einfach rüberspringen, glaube ich. Das ist das Einzige, was wir jetzt machen können, oder? Schaffen wir das denn? Natürlich, ich habe es geschafft. Also, ich habe es geschafft. Yo, ich auch, ich auch. Skelett bekämpfen. Hallo, Skelett. Oh. Okay, ich habe ihn einmal. Ich habe ihn einmal. Ich rette weg. Ich tue dieses Skelett. Ich habe ihn. Ich habe das Skelett. Also, ihn. Es. Alter, wie weit man einfach springt. Aus dem Stand, ja? Ich bin mit deinem Effie-Pick, Alter. Junge, die Pegeln. Die sind viel zu schnell. Alter, ich brauche mal ein bisschen Blöcke hier, ne? Jo, gerne. Ja, ich habe einfach direkt einen Stack. Nice. Hier, nimm die Rüstung hier. Ich versuche es mal hin. So, habe es geschafft. Yo, jetzt habe ich richtig schöne Leder, diese Sachen. Lass uns mal ein bisschen traden. Ich habe Pfeile. Ja, ich habe sieben Pfeile. Pfeile in die Fresse bekommen. Ja. Das hat mir gefallen. Das war schön. Oh, ich habe nochmal Pfeile. Alter, ich bin so schnell. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Mir ist schlecht. Aua, mir ist schlecht. Aua. Warte. Hier ist eine Festung. Hier ist aber direkt eine Festung. Der lässt reinspringen. Wie Männer. Wie Männer. Wie Schweine. Warte, da war ein Piglin, ne? Ja. Da war ein Piglin. Warte, warte, warte. Ich kämpfe gerade gegen Piglin, weil ich gerade Gold abgebaut habe. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich habe zwei Herzen. Ich lebe. Okay, was ist die Schlimmheit zu sterben, daran zu sterben? An einem Piglin oder einem Wither? Piglin ist so hart. Ja, Mann. Wenn du einfach gerade aus durch rennst. Hier ist eine Lücke, aber die interessiert uns einfach gar nicht. Stimmt, da fliegen wir einfach drüber. Ja, wir sind aber auch über die ganzen Lavalücken auch schon, ne? Hey, guck mal, du kannst sogar. Guck mal, du kannst aber hier hin und her laufen. Du kannst sogar hier hin laufen. Ja, nein. Einfach hier so drüber, zack. Achtung. Ah, ich bin die Lava. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich bin in der Lava gewesen. Ich esse kurz was Leckeres. Da ist der Spawner, die schießen gleich. Colton. Als ob du einen Colton hast. Ich bin weg, ne? Ich brauchte dich. Hä, du bist weg? Ich bin weg. Ich komme doch jetzt nicht in den Colton. Ich komme nicht mal ohne Speed in den Colton. Zwei Herzen. Oh, ich lebe. Ich lebe, ich lebe. Ihr müsst kurz regenerieren trotzdem. Ja, wir müssen hier ein bisschen einbauen. Ja, komm, lass einfach rein jetzt. Wir können jetzt nicht groß bauen hier. Scheiß auf bauen, oder? Nee, ich baue. So, hat nicht getroppt. Sehr gut. Was baust du denn da? Es ist nicht so leicht zu bauen. Nee, ich weiß, deswegen sag ich ja, wir lassen uns. Wow, wo bist du? Vorsicht, da schießt jemand von weitem, ne? Hast du überhaupt gemerkt? Nee. Oh nein, eines ist bei mir oben. Ich war ich einfach richtig gut ausgerade. Ich habe fast eine Dings. Du musst die obere töten. Ja, ich versuch's. Hab sie, hab sie. Hä, voll gut, voll gut. Komm, noch zwei, dann können wir ins End, weil wir ja das vorgebauten Portal haben. Als ob du das aber geschafft hast, es einzubauen und jetzt nicht mal probiert. Oh mein Gott, die sind gerade direkt drei. Hast du. Das sagst du immer. Ich brenne dich auch wieder. Nein, ich bin los. Ich habe einen. Ich rette dich. Oh mein Gott, ich habe drei Herzen. Ich habe sechs selber. Gut, dann gehen wir zurück, ne? Ja, aber schnell raus jetzt. Ich bin richtig low immer noch. Hast du Essen jetzt? Ja, ich hab's. Direkt neben dir. Kilometer entfernt nur. Ich hab's jetzt. Hab's versucht. Nimmst du es? Bisschen dumm. Wir brauchen auch noch die Perlen, ne? Ich sammle jetzt Gold. Ich versteck mich mal ein bisschen, ne? Jo, mach das. Ich habe jetzt 22 Gold. Ja, hier, guck mal, lecker Gold. Ab ins Loch mit dir, Kollege. Ich hab eine goldgebrodene Kiste. So, einen habe ich im Loch, den anderen muss ich nur anlocken. Aber das ist schwierig, wenn ich so schnell bin. Warum? Du bist in die Niederfestung wieder zurückgegangen. Warum? Da war eine Kiste. Ähm. Wollte ich noch. Oh, erster Trade Enderperlen. Wie viele Enderperlen hast du? Ja, man muss nur einsammeln. Jetzt zwei. Dein Ernst? Ich bringe dich gleich um. Die haben zweimal Enderperlen getroppt, aber insgesamt nur vier. Was soll das denn? Das finde ich echt mies von denen. Kennst du? Wer ist der schnellste Mensch der Welt deiner Meinung nach? Jetzt nicht offiziell. Das hat nichts Falsches. Was du aus, hätte ich gesagt. Ja, ich natürlich. Das Gold mitzuholen. Hä, wo läufst du denn lang? Kann man da rüberspringen? Jo, kann man. Oh Gott, ich fall gleich irgendwo hier rein. Ich bin komplett mitten reingefallen. Das Schwein kommt aber auch, oder? Moment, 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 du bist zu weit. Hä, warum? Ja, weil ich schon vorbei an dir bin. Ja, wir gehen einfach hier, hier weiter. Ach so, Mann. Hä, man kann voll nice laufen. Ich kann gut laufen. Ich hab keine Blöcke mehr gleich. Ja, ich hab auch Blöcke. Jo, ich bin hier vorne, ne? Ganz, ganz vorne am Rand. Also du musst schnell machen. Ja, du bist nicht am Rand. Wo bist du? Ganz, ich bin schon rüber gesprungen. Ach so. Bist du angekommen? Äh, ja. Als ob. Ich bin schnell, ich bin schnell. Ah, den Rest kann man easy schaffen, oder? Oh, richtig easy. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh Gott, ist das laut. Hä? Ich hab nicht mal mehr Essen und du baust hier die ganze Welt um. Und fuck's los. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen aber hier hin. Hast du Gold? Nein, ich hab nichts. Ich bin in der Lava. Gut, dass ich den Feuer riesig gerade eben gemacht hab. Hallo, ich bin hinter dir. Ich bin aus deinem Loch rausgeflogen, da. Are you making? Oh nein, du musst, du musst dich zu mir bauen, sonst sterbe ich. Ja, geh mal hin. Bis ich da bin, bist du, ich bin noch weiter. Scheiße, scheiße. Ich geh hier hinten an Lannis näher, ja? Scheiße. Du kannst mal runterschwimmen und dann von unten einen Block platzieren und dich dann hochbauen. Macht das denn Sinn? Ich kann auch hier einen Block platzieren, ne? Dann kann ich mich bauen, ja, stimmt. Hä, lass meinen Block down. Da kommt der vorbei und baut meinen Block einfach ab. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Lass wieder zurück. Alter. Ja, ja. Ich bin komplett, ey, wir müssen eigentlich, wir haben eine Mission, ne? Aber ich bin einfach nur noch am Überleben. Ey, ich brauche Hilfe, Mann. Ich komme hier nicht rund durch. Hilfe. Du bist rüber gesprungen, aber ich kann nicht rüber springen. Wieso nicht? Einfach aus dem Stand springen. Nicht in die Richtung. Oh mein Gott, soll ich dir helfen? Okay, es wird knapp eine Minute. Yo, ich bin rüber gesprungen irgendwo. Wo bist du denn? Äh, ich bin in die Lava runter. Ja, das habe ich gesehen, tatsächlich. Weniger als eine Minute, du musst nicht bis hin rüber springen. Hi. Okay, ich hab's. Oh. Ganz einfach. Ganz einfach rüber springen. Ganz einfach. Hey, guck mal, das hat gerade gar nichts mit unserer Mission zu tun, ne? Ich brenne übrigens noch, aber das hört, glaube ich, in fünf Sekunden locker auf. Ja. Jetzt wird's abgeholt. Oh, Mist. Ist schon wieder in der Lava? Ja. Nein. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Das sieht schlecht aus. Wo denn? In welche Richtung? Doch. Ich rette dich. Hä? Ich seh dich nicht mal. Bist du? Ja, oh, ich bin auch bei unserem ersten Weg. Ich hab auch nicht mehr viel. Ich hab noch 25 Sekunden. Du hast es geschafft. Ich hätt's geschafft, aber ich bin weitergerannt. Oh, schade. Aber ich bin auch da. Moment, ich schaff's, glaube ich, nicht. Ich schaff's nicht. 18 Sekunden. Sind deine Sachen weg? Vier Sekunden. Lebst du? Ich bin... Oh, ich brenne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, ich seh dich nicht, aber ich bin grad sowas... Vier Herzen. Oh mein Gott. Nein, ich bin nochmal rein. Halbes Herz. Ausgebrannt. Oh nein. Und ich hab... Zwei Sekunden, ich brenne auch aus. Ich brenne auch aus, glaube ich. Nein. Jetzt ist es vorbei und ich brenne. Ich überlebe das. Doch, ich überlebe das. Ich hab auch kein Essen. Ich sortier schon mal meinen Müll aus. Scheiße. Ich überlebe. Ich hab überlebt. Ich hab vier Herzen. Und jetzt spring ich hier rüber und ich lebe. Also mir geht's gut. Ja, ich glaube, ich glaube, das soll es gewesen sein. Hier ist Gold. Ich spring jetzt auch in die Lava. Ich spring jetzt hier so rein. Ich hab gerade so überlebt. Tschüss. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.